Welcome back und willkommen zurück zu einer weiteren Folge WRC Teil 2 der Kenia Rallye. Wir hatten ja eine Jahrhundertaufholjagd. Was wollte ich denn sagen? Jahrhundertaufholjagd? Jahrhundertauf... Sagt man Jahrhundertaufholjagd? Das hört sich irgendwie ein bisschen dumm an. Eine Jahrhundertaufholjagd. Die Jahrhundertaufholjagd. Ne doch, das hört sich richtig an. Wir haben uns oft genug gesagt, dann hört sich das richtig an. Auf jeden Fall, die haben wir hingelegt. Das Auto, das brauchen wir erstmal nicht in schön. Oh, heilige. Okay, Kompromisse müssen kompromisiert werden. Für eine Stage ist das der Weg. So, die Reifen können wir noch dran lassen. Fünf Kilometer ist ja nix. Ja, jeet, rein, in den Saal. Tja, diese Crew ist in einer großartigen Position für die letzte Etappe vor dem Service. Sie haben sich hervorragend um den Wagen gekümmert. Einfach, 1A. X. Start, 60, fünf rechts. Viel Glück. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, 60, go. Fünf rechts. Und sechs links. Langsam 50. Leicht rechts. Leicht links. In Abzweigung scharf rechts. 70. Abzweigung scharf links. 70. Kleine Kuppel. In vier rechts und Welle. 120. Langsam. Großer Schmuck. 70. Gott. Oh Gott. Abzweigung scharf rechts über Kuppel. Und vier rechts. Und zwei links kurz. Nicht so gut. In drei rechts kurz. 50. Sechs rechts. Lang. 80. Tiefe Senke. In Kuppel. Und drei rechts. Kurz über Kuppel. 70. Abzweigung scharf links. 170. Sechs rechts über Kuppel. 30. Drei links kurz. 60. Abzweigung. Zwo links. Über Kuppel. 100. Früh drei rechts. 30. Steine. Abzweigung. Eins links. Über Kuppel. Wird enger. Und Abzweigung scharf links. Berg auf. Und rechts über Kuppel. 100. Verdeckt. Eins rechts. Macht zu. 120. Bus weggeworfen. Das war doof. Kuppel. 100. Doppel Achtung. Boah. Sprung. Sekunden. 40. 40. Abzweigung scharf rechts. 40. Kuppel 80. Kuppel. Und sechs links. Langsar. Müsst ihr wirklich mehr mit Köpfchen fahren. 40. Abzweigung scharf rechts. In Kuppel. 150. Abzweigung scharf links. 100. 4 links. 80. Langsam. Leicht links. Und Abzweigung scharf rechts. 100. Kuppel. Langsam. 60. Scharf links. 30. Kuppel 80. Besser Boost aufteilen und schon komme ich wieder ran. Über Kuppel 230. Scheiße. Ich muss natürlich rechtzeitig bremsen. 230 kann schon mal ein bisschen was gut machen. Abzweigung scharf links. 190. Abzweigung scharf links. 160. Wieder sehr viel verloren, weil das Boost-Management wieder nicht gestimmt hat. Haaah. Schade. Okay. Das ist eine Zeit von 2. 4 Sekunden wieder. 56,8. So, boah. Ich bin mir nicht sicher, ob es irgendwo auf dieser Etappe einen Zwischenfall gegeben hat. Aber diese Crew hat halt einige Zeit. Das ist gut. Auf einer schnellen Inspektion scheint der Wagen nicht sehr stark beschädigt zu sein. Den Großteil der Arbeiten sollten wir bei diesem Service hinkriegen. Ich glaube sogar... Ah, doch nicht alle. Okay, gut, 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 gut. Man darf ja auch mal träumen. Aber Zeit ist ja trotzdem locker drin. Ah, ja. Ah, bing. Kein Mensch braucht Getriebe. Was macht nochmal Getriebe? Schäden am Getriebe können zu einem Verlust bestimmter Gänge, zu längeren Schaltwegen oder zu einem vollständigen Getriebeschaden führen. Da es aber nur ein leichter Schaden ist, hätte ich gesagt, mir komplett Wumpe. Das können wir aber komplett austauschen, wa? Ja. Jetzt haben wir noch so viel Zeit. 2 Minuten 10. Bang. Okay. Genug gespielt. Guckt euch dieses schöne Kfz an. So, wir fahren 2 Tappen für 30. Ne, dann nehmen wir jetzt schon die Mediums. Das ist der Weg. Aber komplett egal, Rotti. Das macht ja nur Sinn. Service. Ich kann nur noch Service hören. Mal sehen, ob sie die Kfz nicht mehr in diesem Spiel kommen haben. Start. 50. 4 links. Viel Glück. Ah, hier brauchen wir. Haben wir Licht? Ah, doch. Ist schon an. Huch. Das beste Licht. 5, 5, 4, 3, 2, 1, go. 50. 4 links scharf. In 3 rechts. Und 3 links. 30. 5 rechts. 70. 5 links. In 4 rechts. Und 6 links. 100. 6 links. 80. Leicht links kurz. 180. 5 rechts kurz. 70. 4 links. Mach zu. Über Kuppe. 40. 6 rechts. Und kleine Kuppe. 100. 4 rechts. Lang. 50. 5 rechts. Mach zu. 30. 4 links kurz. Und 6 rechts. 160. 6 links. 30. Leicht rechts. 50. 4 rechts. Nicht schneiden. 60. 3 rechts. Steine. Und 4 links. Nicht schneiden. 110. Leicht rechts. 80. Kuppe. Sofort 3 rechts. 50. 6 links. Langsam. 60. Ich habe hier bei diesem Abschnitt 6 Sekunden. hinten hinten sein. 40. 3 links. Halb lang. 170. Das ist doch bescheuert. Und ich habe noch die Mediums drauf und nicht die Harten. Oh Gott. Sprung. 80. Kuppe. In 4 rechts. Durch senken. 70. 5 rechts. Über Welle. In 4 rechts kurz. Über Kuppe. 50. 1 links über Kuppe. Innen. Und 4 links. 40. Leicht links. Langsam. Und 2 rechts. Mach zu. 1. 40. 4 rechts. Halb lang. 190. Langsam. Scharf links. Verdeckt. Und Abzweigung. Scharf rechts. 30. 1 links. 30. Ah scheiße. 2 rechts. 40. Nicht mehr mit der Fahrzeugwahl ausarbeiten müssen. 50. Ich habe es aber einfach nicht hinbekommen. 50. 5 rechts. Und rechts über Kuppe. 180. 3 links. Nach Kreuzung. Starke Welle. 60. Leicht rechts. 100. Abzweigung. 2 rechts. In 2 links. Und 2 links. In 3 rechts. Scharf. 30. Abzweigung. Scharf links. 80. Abzweigung. Scharf rechts. Leicht schneiden. 120. 5 rechts. Und 6 links. Langsam. 50. Jetzt kennen wir. Leicht links. In Abzweigung. Scharf rechts. 70. Abzweigung. Scharf links. 70. Kleine Kuppe. In 4 rechts. Und Welle. 120. Langsam. Großer Sprung. 70. Abzweigung. Scharf rechts über Kuppe. Und 4 rechts. Und 2 links kurz. In 3 rechts kurz. 50. 6 rechts. Lang. 80. Tiefe Senke. In Kuppe. Und 3 rechts. Kurz über Kuppe. 70. Abzweigung. Abzweigung scharf links. 170. 6 rechts über Kuppe. 30. 3 links kurz. 60. Abzweigung. 2 links. Über Kuppe. 100. 1 links. Früh 3 rechts. 30. Abzweigung. 1 links. Über Kuppe. Wird enger. Und Abzweigung scharf links. Bergauf. Und rechts über Kuppe. Und rechts über Kuppe. 100. Verdeckt. 1 rechts. Macht zu. 120. Kuppe. Und 90 rechts. Langsam. 40. Abzweigung scharf rechts. In Kuppe. 150. Abzweigung scharf links. 100. 4 links. 80. Langsam. Leicht links. Und Abzweigung scharf rechts. 100. Kuppe langsam. 60. Scharf links. 30. Kuppe 80. Abzweigung. 1 rechts. Über Kuppe. 230. Abzweigung scharf links. 190. Abzweigung scharf links. 160. Das ist so Wahnsinn. Diese Zeiten. Das ist so Wahnsinn. Bei einer Stage mache ich 15 Sekunden gut. Und auf der anderen kriege ich 15 Sekunden drauf. Oder auch nur knapp 12. Wahnsinn. So, Auspuff müsste jetzt wieder gut gedamaged sein. Ich war ja schon jetzt ein paar Mal wieder Offroad unterwegs. Heidenei. Von 3 auf 7. Das ist Wahnsinn. Jetzt will ich nochmal hier schnell mal nachgucken. Getriebe holt. Das ist komplett egal. Bremse komplett egal. Druckfluss im Turbelader. Wie? Naja. 4,4 Kilometer. Letzte Stage des Tages. Es wird geballert. Dotlos geballert. Start. 1,70. Scharf rechts. Scharf rechts. Scharf rechts. Scharf rechts. Oder war es einfach nur ein Blendeffekt. 5,4,3,2,1. 170. Go. Langsam. Abzweigung scharf rechts. 100. Kuppe 80. Abzweigung scharf rechts. Schöne ich, wenn ich gerade beim Bremsen die Boost-Anzeige geladen habe. 200. Die war am Stocken und auf einmal hatte ich Boost dann doch noch da. I don't get it. Abzweigung 1 links. Verdeckt. 130. Doppel Achtung. Kleiner Sprung. 30. 1 rechts. Macht zu. 50. Kuppe 100. Eine Blusch. Halt mich nach links, der andere nach rechts. Dann hat es wieder gepasst. 6 rechts über Kuppe. 100. 4 rechts kurz. 60. Langsam. Leicht rechts. In Abzweigung scharf rechts. 180. Nein. Ah. Achtung. Links über Kuppe. F*** mal. 40. Leicht rechts. In Kuppe. 70. Kuppe. Langsam. 50. Abzweigung scharf links. 30. Kuppe. 230. Berge ab. 1 links. 40. Langsam. Lang Kuppe. 30. Abzweigung scharf rechts. 30. 1 rechts kurz. In 3 links. 110. Späte 3 rechts. Überkreuzung. 50. 3 rechts. 40. 6 links über Kuppe. 150. Abzweigung scharf rechts. 1 rechts. 3 links. Kurz über Kuppe. 30. Kuppe. In Senke. Und kleiner Sprung. 40. 5 links. Halb lang. In Kuppe. 40. 2 links kurz. In 2 rechts kurz. 30. In 4 links kurz. Und Abzweigung scharf links. 120. Böser Cut. 120. Immer noch böse. Welle. Im Kuppe. Sofort 4 links. 70. Langsam. Abzweigung scharf rechts. Boah. 80. Abzweigung scharf links. Nein. Natürlich muss jetzt mein Auto abwürgen. In 6 rechts. In 6 links. 60. 6 rechts. Halb lang. 5 links. 60. Ziel. 50. Scharf links. Bis stopp. Cool. Die letzte. Für die Kurve. Einfach nur mal das Auto abgebürgt. 50. 1. Zulik gibt es hier keine. Kein Schaden. Nach Starten und Ziel. Äh nach Ziel. Ist ja kein Rundkurs. Denn wir sind klug Rennfahrer. Kreisfahren können andere. Oh Mann. Nach der Aussage müsste ich jetzt so dick auf die Nase fallen. Kann man sich nicht wünschen. Diese Crew hat einen schönen Rhythmus gefunden. Und das zahlt sich aus. Denn sie rücken in der Gesamteilung immer weiter vor. Alles beim absolut Alten. Aber hey. Wir haben wieder ein Stage Win. Morgen geht es weiter hinauf. Wenn wir die richtigen Stages kriegen. Bye. Have a great time. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.